Naja, egal. Ich wechsle mal das Bild. Ich wechsle einfach mal ganz drastisch. Ich habe auf 10 Sekunden gestellt den Timer. Keiner Junge. Richtig toll bist du. Du bist kacke. Weiß ich. Macht aber nichts. Warum guckst du eigentlich bei mir zu? Das ist ein Gorilla. Mach ich nicht. Da sehe ich das. Mach ich nicht. Ich sehe das automatisch, dass du das machst. Warum ist gerade Kodierensproblem? Aber eigentlich hat das so weit aus. Ich schaue noch gleich zu dir auf, ne? Ja, ja, aber ich habe die Probleme eigentlich nicht. Das sind auch allgemeine Probleme. Und du hast ein großes Problem. Du hast einen Arsch offen. Weiß ich jetzt. Das machen. Naja, äh, ich weiß übrigens, wo die Statuen sind. Ich habe nachge... Ich habe ein bisschen nochmal die Map bekundet. Okay. nach gestern ordert. Ich habe ein bisschen rumgeforscht. Die einzige Scheiß-Statue, die ich nicht gefunden hatte, war die Polarwehr-Statue. Da ist die beim Polarwehr-Statue. Da habe ich nachgeguckt dann. Da habe ich dann nachgeguckt, wo die sein kann. An der Wand in der Ecke. An der Wand in der Ecke von den Würfeln. Ich dachte mir. Läuft. Natürlich was Fein. Es sind natürlich ein Fein, ne? Ja, ja, ja. Und so funktioniert. So... Äh... Welche Westen sind denn jetzt zurück? Eilen legen offen. Müsst eigentlich nochmal in dieses komische Glowstone legen. Warum auch immer. Kannst du da sowieso ein Zeun stecken? Okay. So, dann haben wir noch die... Die Horses. Panels. Und das Reuel. Plus die Gears. Die laufen automatisch die Gears gerade. Naja. Warte mal. Ich kümmere mich erstmal um die Gears. Mach das. Und das... Okay. Warte, aber du hast ja gestern weitergebracht. Hm? 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 Nicht in der Welt. Ich hab doch grad von was gesprochen. Na, ich hab gar nicht so. Nö. Musik hat mich rein. Aber... Ich hab gar keine Musik. Ich glaub wir haben da noch ein bisschen zu was zu erforschen. In der Welt? Ja. Da fehlt noch was. Wo wir nämlich ganz da drauf rumgelaufen sind. Da ist mir hinterher aufgefallen, da waren wir gar nicht drin. Ganz unten. Stimmt. Ich weiß noch was die sind mit dem Problem, was die... Irgendwo muss das da weitergehen. Ich höre ich nebenbei. Hm? Wird sein. Machen wir mal so laut. Ja. Wird schon passen. Oh, ich... Ist das nicht. Ich mach das mal leiser mal wieder. Mhm. 60 Gears haben wir schon. Ich bräuchte halt ein Cidia mal eben kurz. Mach das. Oder man geht halt in die Ding rein. Und ähm... Aber die anderen Questen sind da noch fertig. Da sind ja wie gesagt wieder welche aufgetaucht von. Hm. Dass wir jetzt erstmal die wieder finden. Es sollen auch wohl Questen geben, die du nicht abschließen kannst. Komplett. Irgendwie. Ja. Dann verkehrt. Vielleicht ist es mit dem Trierall auch gemeint, ne? Hm. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Ja. Für die... Warte mal. Gab es nicht eine Obsidian-Farm mit dem Magma Crucible? Ne? Wie hieß denn das andere? Ja. Irgendwas gab es da mit Wasser und Magma. Ja, ne? Irgendwas. Das scheiß Ding. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Warte mal. Bestimmt fällt das an. Wir würden den Namen wissen. Wäre mal Expansion. Da war doch glaube ich immer so links und rechts so ein Ding. So. Ein Ensemble. Nein. Induction Flatter. Nein. So komme ich da nicht hin. Auch diesen komischen Stab, den ich da mal gefunden hatte. Womit ich durch die Gegend schweben kann. Sonst komme ich da ganz schwer hin. War das hier ein Egnis X2 da? Ich glaube ja. Ich glaube das war der Extrudel oder wie wir ihn immer genannt haben. Ja, wir haben ihn immer Extrudel genannt. Und tschüss. Wir haben halt so lange kein Minecraft mehr gespielt, dass wir halt die meisten Splitsnamen schon gar nicht mehr wussten. Ich weiß nicht welches Pack ich drauf haben will auf den Server. Auch schon was mit Technik. Also ich vermute mal im E. Alchemie. Dann muss ich halt dich wieder dazu befragen. Warum mich? Weil du das hinkriegst. Am besten das ganze Pack auf die normale Welt. Das wäre am besten. Kannst mich mal. Warum? Warum mal vor allem das? Weil das voll geil ist. Weil er alles weiß was man braucht. Ja. Es gibt auch noch mehr M.A. Packs, die wir nicht gespielt haben. Ja. Wir haben immer nur die Nummerierten gespielt. Es gibt ja auch noch eine mit kompletter Overworld, weißt du ne? Mit Overworld. Aber nur wo kein Gebäude nichts ist, wo du alles so hinpflanzen kannst wie du willst. Ja. Das wäre das geile. Aber es ist halt auch, ich glaube 1.7.10. Ist ja egal oder nicht. Mir ist das egal. Da haben wir ihn. Hallo. Guardian. Ich dachte eben, der macht einen Abgang. Weil er immer Plop Plop gemacht hat. Und mit allem habe ich den doch aufgesammelt. Gut, dass ich diesen Magneten habe. Na, die baue ich meist immer gerne rum, so. So. Der Eisbier ist da oben in der Ecke. Was geht dieser komische Soundschul da los? Nein, nein. Gerne. Bist du mich gerade verarscht? Warum ging das so stark bist du nicht? Tja. Komm voll auf. Nein, nein, nicht. Mane. Immer mich mobben, ey. Warum mobben? Rechtfertigung. Mich auch. Du mobben, ey. Mhm. Eisen. Darkstil nebenbei. Hm. Scheiße. Was denn? Nö, alles gut. Ah ja. Oh Gott. Was denn? Nö. Ich hätte fast schon wieder einen Abgang gemacht. Nö. 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 Ich meine ja nur. Ich habe mir nicht. Den Shit gar nicht geschlossen bis jetzt. Und ich sehe das halt. Einiger müssen wir sagen. Es ist wenn ich OBS bei mir auch nicht schließe. Dann sehe ich das auch. Weil es halt alles geöffnet hat. Ein Autohost. In der Zeit. Wir haben so viel Kohle. Was? Willst du mich verarschen? Ich war. Ein Zentimeter davon entfernt. Und bin verreckt. Ja. Das Spiel mobbt mich grad. Nö. Das Spiel mag dich halt. Ja. Das mobbt mich. Ja. Wo sind meine Knochen hin? Hä? In deinem Arsch. Nein. Nein. Ich habe hier drüber reingepackt. Ich reparier doch mein Pfeil immer mit Bones. Okay. Okay. Ja da war um. Also wie vorerst Diamond und Emerald drauf. Da hat genug Schaden. Ne die wickeln sich ja sowieso. Das ist ja das Geile daran. Ja. Ja. Okay. Gut. Wenn sich zwei Doofe unterhalten. Ja. Ja. Okay. Gut. Okay. Penis. Jetzt krieg ich dich auch. Ab ihn. Okay. Wir haben keine Blaze. So. Jetzt fehlt noch der Walker. Walker. Oder? Ja. Fehlt hier noch einer. Nein, der E-Walker. Der E-Walker. Ich habe gerade Walker gesagt. Egal. Walker. Ja. Es geht auch nicht komplett abzuschließen, dass man das letzte Ding kriegt. Du hast da oben die Petition? Hm. Zumindest, wo ich, bei dem, wo ich reingeguckt hatte, bei dem funktionierte das nicht. Ja. Muss ja nicht heißen, dass das bei uns nicht funktioniert. Okay. Weil irgendwie hat jeder verschiedene Bugs. Genau. Schlimme daran. Ich... Ich habe da kein Problem mit, dass das halt Bugs hat. Ist halt so. Machst du nix? Machst du ja nichts dran. Was hat man da großartig aus? Machen bei. Ups. Du kriegst ja keinen schönen Fall Damage bei dem Ding. Na ja gut. Weil mein Helm ja auch nicht voll ist. Oh, jetzt auf. Kann ich mich hinstellen? Naja. Yay. Hätte ich eigentlich gleich runterfallen können. Ja. Ich bin schneller gegangen. Guck, jetzt kommt dieses... Wo du die Leiter runtergehen kannst. Access Lower Level. Okay. Ja, lass uns aber zusammen dann da runtergehen. Will doch nicht dahin. Andere Kirsten können... Geh doch selber runter. Ja. Nih, mimi. Nih, mimi. Nih, mimi. Okay, das soll ich auch gucken So Okay So, dann erst die eine Map machen, oder wird sie die Obsidian-Map erst verdienen? Hä? Weil die Obsidian-Map hat auch wieder was Neues bekommen, ne? Haben wir? Ja Ach so, lass mal nochmal in die alten Map rein Kann man auch eine Request abschließen? Boah, ich glaub ich hab das irgendwo schon probiert So So Äh, zack Ascha Link Hallo Ich hab ihn So 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 Da haben wir Genau Genau das ist das Loch, ich weiß nicht Was? So 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 Coins abholen, oder? Einmal, dass wir das Ding ziehen Alibaba versteht Alibaba versteht Oh, ich komm Ich wundere mich, den Eintrag der Team, ja Gemacht aus Versehen Ich brauchte das Zeug Alibaba Das hat mir gedauert Mir hat alles mal hingeklappt Oh, wie laut Boom, 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 boom Mh Kommen wir ja wieder Jo Wir sind ja schon wieder weg Ich glaub's ja nicht Naja egal So Ich wollt noch Weil ich noch was gefunden habe Da wo ich grad rein bin Ähm Müssen wir auch grad mal ein bisschen laufen Ein bisschen weit Schneller Wow Mag alles so finden So Dann Mir auch so komisch gebaut Ja würd ich rein Weil Hups Wo waren das Dinge Stattdem ich hab irgendwas gehört Ey Anders Anders auf der Seite Oder hier Oder hier Hier Ach da war sie Okay Ähm Zack Hehehe Das ist ganz cool hier Zack Und Moment Okay Das kann vielleicht nicht Eigentlich Eigentlich könnte ich auch Tschüss Finde ich geht schneller als zurück zu laufen Okay Dann Packen wir die hier mal rein Und holen uns das hier raus Du bist hässlich Du bist hässlich Genau so wie du Weiß Wenn man immer genervt wird ey Mein Bein juckt Sein koffer auch Eis Ich mein diese komische alte Welt da rein Ja Was soll das sein Wackt World of Alcor Übrigens Ähm Diese Dieser Raum hier in der Welt Mit diesen komischen ganzen Säulen drin ne Da ist zwischendurch noch so ne Welt drin Wo du Da ein Geheimraum aufmachen kannst Mit Sollen In der Welt In der normalen Welt Ja Also und Ich verstehe jetzt nicht genau was du meinst Egal Raum mit Sollen Welchen Sollen Wenn du bis zum anderen an dir hinläufst Ja welchen wo Außen lang Du Knallkopf Meinst du das komplett außen oder hä Ja ja Verwirr Verwirr Ich weiß Wenn du die Welt nicht ausfällig kannst du ja was schreit Nein Was für Säulen da oben sind Wassersäulen da unten sind Quarzsäulen Ein Raum mit Normalen Säulen Wo die ganzen Kursen und so drin sind Ach du bist verwirrt Ich weiß Du bist ein Sack Ne ich weiß weil Wir haben so viele Räume Wenn du jetzt sagst Wo in welcher Richtung ich gehen müsste Wenn du draußen lang läufst Was meinte ich Ja wie weit draußen Bis zum Ende wenn du nicht mehr weiter kommst Da war doch der letzte Raum wo man reinkam Lauf mal vor Nö Geh unten oder was Wenn ich hier unten rausgehe Ja ja Und da solls weitergehen Nö da gibts nen Geheimraum Und da war ne Diskette auch mit drin Geheimraum Guck mal wie die Treppe runter geht Wo du oben bist und dann durch die Elevate ist Du auf ne Stockwerk runter kommst Nö ja Nö ja Nö ja Bringst du ja auch du mich auch Anstatt Ja ne anstatt das mir zu zeigen mal Was ist Einmal mit Profis arbeiten ey Ne Einmal sind voll erklärt Wenn du außen lang läufst bis zum Ende Was ist da dran Schwer zu erklären Du vor Oder kannst du kapieren Weil es kein Weil es kein außen lang Gibt hier Richtig Hättest du mir gesagt Geh die Treppe runter Hättest du schon verstanden Da verstehst gar nichts Ne doch Hättest du gesagt geh mal die Treppe runter Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht drinnen Nein Nein So Da Da drüben Ja ich hab's doch gesehen die Klappe Oder ist der A Ja geh mal rein Nein Will ich nicht Wird wieder eingeschwettet Junge Nö nö Da war der Disk gemacht Was war da drinnen Hm War da drinnen Ne Disk Mit Kisten Hm 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 Gut gemacht Junge Hier war ich noch nie drinnen Weil ich doch hier eigentlich nicht lang gegangen bin Weil ich doch hier eigentlich nicht lang gegangen bin Ich dachte du warst da schon lange Tschüss Ich nehm die Abkürzung Hm Dann tue ich mal die letzten Vorfüße hin Jetzt weiß ich auch wo es war Nein ich bin doch hier nur bis zu diesen einen raum gegangen wenn du jetzt erstmal rechts gehst Da oben sind doch diese Na und Lapis Blöcke oder so Läuft bei dir Läuft bei dir Wo soll ich die Na du bist doch da damals rangegangen Vielleicht um zu gucken Nö 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 Ach doch doch Nö 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 Faul so Faul Halt nur so Halt nur so Was wolltest du jetzt mit der Obsidian Welt eigentlich Ja guck mal was da gibt es da noch was drin in dieser Obsidian Welt Going to Far Chapter 3 Das ist die Welt Muss ja hier drin sein Du musst das Ding herstellen Ja wie? Ich hab ein Rezept dafür Äh Eigentlich schon Aber wenn ich Void eingebe kommen nur Blöcke Ja ja der heißt extra Aber Es soll wohl sein dass der nicht hinterlegt ist In der Quest also dass das nicht richtig funktioniert Ähm Das Rezept gibt doch Gibt es ja dafür Gibt es ja dafür Aber Ich weiß jetzt grad nicht welcher Speck das war Mh 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 ja aber wie gesagt man soll halt so ein bisschen broken sein die quest also das soll kein item hinterlegt sein die soll nicht funktioniert ja und da hat man nicht in die questen reingeguckt es muss ja nicht heißen dass es bei uns nicht funktioniert 16 stück davon ok das ist kein problem doch dann mal schnell hin oder Und das ist gut. Warum sind die IG nur noch? Oh, 16, okay. So blöd ich die auch mal auswählen, man kann überall solche Mieder bei euch schneller rausgehen. Oh, ich hab schon wieder Summer Heaven. Drecksdisk, ey. Ja, die hast du halt so oft. Wenn man einfach alles aufgepflickt hat, um zu gucken, was er da ist. Ich liebe es. Oh, da ist keine Hau mehr drin. Das stimmt, weil hier auf dem Server was ist, deswegen lief das ja weiter. Mhm. Gut, dass ich noch ein bisschen Stromspeicher habe. Solariumfluid brauchen wir. Keine Ahnung. Für die RNA-Request. Für die RNA-Request. Für die RNA-Request. Ähm. Zicken-Fragment-Of-Nugwelsch. Zicken-Fragment-Zicken-Welsch. Hm. Okay. Vielleicht halt nur noch der eine. Solarium Shard. Best. Solid Shard. Ja. Weil wir machen Compress Infinity Dust Block. Compress? Ja. Okay. Das müssen wir eigentlich auch machen. Die Sematary funktioniert doch gar nicht, ne? Sematary. Hm? Sematary. Sematary. Weil wir so einen Shard sonst gießen müssen. Hä, mir geht nicht. Dann müssen wir das echt mit dem Dust machen. Ja dann. Oh, ne? Ja. Dann weiß ich ja, wer was zu tun hat. Du weißt ja nicht mal, ob du das richtige rausbekommst. Doch, es gibt ja nur einen davon. Ja. Ja.